4K der Netress-Vorteil für Ivy und die Weisen denyen jetzt ihren eigenen Mitte-Tower. Oh, offensiver Blink von Bloody Sky, Arena gesetzt für Ryder. Er sollte tot sein. Oh. Muss rein ecken. Haki versucht das Eck auch zu hauen und sie kriegen das Ei nicht. Der hat es jetzt ge... Was hat denn das vorhin? Jetzt den Grip auf Haki, oh mein Gott, hell. Was war das denn? Ich glaube, er hat den Mars angeklickt. Ja, ich glaube auch Clockwork hat das Ei nicht angeklickt, sondern den anderen. Oh, jetzt kommt Lowskull mit der Battlefury, verarmt er einfach Helden.